So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge RISEN 2. Ich bin aktuell echt in einer ziemlich dicken Aufnahmesession, wo ein bisschen noch ein Vorproduzieren für RISEN. Aber ich glaube, das ist ganz gut, weil dann bleiben die Sachen ein bisschen besser connected im Kopf. Wir sind hier stehen geblieben und ich habe letzte Folge noch kurz wiederholt gehabt, was wir diese Folge machen müssen, machen sollten. Und zwar, Schießduell hier. Fangen wir damit doch am besten gleich an, weil danach müssen wir zu Wilson, dem Schmied. Und da sollten wir da im besten Fall wieder herstellen. So, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das Schießduell ist wirklich das, was wir schon mal gemacht hatten. Wirklich, viele Folgen her. Lass uns das Schießduell beginnen. Mit Vergnügen, mein Kapitän. Falt mir. Ich hoffe, ich sack jetzt nicht komplett bad weg. Und ich hoffe, wir machen kein Schießduell wirklich mit ihm, mit ihm. Ich sehe keine Ziele. So, da sind wir. Sagt mir, wenn es losgehen soll. Ich habe Angst. Ich bin bereit. Ah bon. Dann hört mir zu. Ihr müsst, oui, acht Treffer landen. Dann gewinnt ihr. Das ist doch... Es geht los. Oh Gott. Oh Gott. Acht. Acht. Das ist mich verarschen. Oh. Oh. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie... Oh. Warte. Wie viel... Das tut mir aber leid. Ich will... Ihr könnt es so oft versuchen. Aber wenn ihr darauf besteht... Es geht los. Wartet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hä, wir hatten doch acht. Oh, nee. Ich habe dreimal gesagt, ne? Oh. Oh mein Gott. Wie schlecht. Nein. Gelötzt. Er macht ihn aber auch richtig räudig tief. Noch eine Runde. Komm, 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 komm. Machen wir, machen wir. Das muss jetzt, Leute. Muss. Ja, oder? Okay, okay. Beim nächsten Mal hast du vielleicht mehr Glück. Dann können wir das ein bisschen abkürzen. Wenn ich am Anfang schon krass sag, dann... Skippe ich einfach. Beim nächsten Mal hast du vielleicht mehr Glück. Was ist... Hä? Was war denn das jetzt? Oh. Ihr habt verloren. Hä? 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 Was war das? Es geht los. Wieso? Was war das? Ich verstehe es nicht. Ja. Oh. Oh. Leider verloren. Wirft er da Bomben rein? Oh. Ihr habt verloren. Das tut mir aber leid. Boah, hatte ich da die erste Runde einfach Glück und habe genau bei den Bomben nicht getroffen? Ich will noch eine Runde. Oh, das wird jetzt länger dauern, glaube ich. Okay, ich muss drauf aufpassen, ob der Flaschen wirft oder nicht. Alter. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh. Ja. Vielleicht ein anderes Mal? Also dreimal, rotes Kreuz ist ja schon over. Ich... Ey, Mann. Wir haben es. So. Ehrenvoll. Sacre bleu. Das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich ziehe meinen Hut vor euch. Was ist das? Kann ich einfach so schießen? Oui, oui, oui. Warum nicht? Okay, das ist dann... Wir können es aber auf der ersten Insel, beziehungsweise auf der zweiten für Geld machen. Verkauf mir Wilsons Pistole. Nun gut. Ihr mein Angebot. Bedenkt dabei, dass ich mich nur schwer davon trennen kann. Doch wie ich euch einschätze, werdet ihr euch das leisten können. Ich denke nochmal drüber nach. Ganz wie ihr wünscht. Okay, tausend Gold. Wir haben 21. Almost there. Oh Gott. Ja, ist das denn überhaupt ein legendärer Gegenstand? Es hat sich schon sehr danach angehört. Naja, okay. Wo? Ah, hier. Hier hinten, ne? Hier hinten ist dann die Schmiede. Wir haben mittlerweile auch wieder Tag, ne? Glaube ich. Also die Leute sind auf jeden Fall draußen. Ne, er pennt noch. Jetzt aufpassen, dass er nicht mittendrin auf einmal aufsteht. Messer. Wieso schläft denn der noch? Sieht echt hell außen aus. Hm, kleiner Goldbeutel. Er ist aber richtig weg. Hier kommen wir rein. Wieso hat er einen Nebenraum, aber er hat sein Bett einfach im Verkaufsraum? So, lange Finger gemacht. Schwertrohlinge gibt's hier. Ist das eine Zange? Ein Zepter. Ein Zepter, what? Hä? Das ist ja nicht mal... Also wir haben ja hier das Zepter der Macht, aber das ist ja eigens hergestellt. Hä, wo ist das Zepter jetzt? Plunder? Hier, Goldzepter. Schon aufgrund des Goldes sehr wertvoll. Naja, okay, das ist einfach dann... Also es ist nichts zu benutzen, sondern es kannst du halt einfach so verkaufen. Und wir haben hier noch ein Flecht. Flechtschwert war das, oder? Fecht. Naja, okay. Denk nicht mal dran. Was? Ich sehe sofort, wenn du was klaust. Schmarrie. Okay. Ich bin kein Schmied. Das dachte ich mir. Wie machen wir das? Müssen wir wirklich schmieden lernen, um die Sachen herstellen zu können? Weil das forst einen ja so ein bisschen auf den Weg dann, ne? Also den Tieren tut sie es bestimmt. Die ist deutlich besser. Der ist deutlich besser. Der Rufer. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich auch im Schmied vielleicht geben können. Da war doch was. Es sieht hier nach einer Menge Arbeit aus. Das ist es auch. Und du pänst den ganzen Tag. Sag, was du willst und dann geh bitte wieder. Ich habe noch viel zu tun. Klingen sechs. So gut bin ich auch nicht. Schöne Kanonen hast du da. Finger weg. Die bleiben schön hier. Keine Lieferung, bis das Handelsverbot wieder aufgehoben wurde. Die Kanone. Können wir nicht mal ne Ausnahme machen? Nix da. Da kann ja jeder kommen. Die Anweisungen des Admirals sind eindeutig. Du bist doch dieser neue Käpt'n, oder? Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Mein Junge, du bist hier in Antigua. Das bestgehütetste Geheimnis der südlichen Inseln. Wenn wir diese Stadt auch weiterhin vor der Inquisition verbergen wollen, müssen wir gut über alles und jeden Bescheid wissen. Ganz besonders, wenn es sich um Fremde handelt. Die meisten hier glauben, dass du nicht lange durchhältst. Warum? Weil sie meinen, ich sei noch zu jung für ein Kommando? Nein, weil du zu neugierig bist. Du steckst deine Nase in zu viele Angelegenheiten. Sowas ist noch niemandem gut bekommen. Glaub mir. Na, da steckt's ja schon gut. Was muss ich tun, damit du mir trotzdem etwas verkaufst? Ich will dir dir nichts verkaufen. Aber wenn du fragst, was du tun kannst, sorge dafür, dass Kapitän Slane und Admiral Alvarez endlich ihre Streitigkeiten beenden. Sie sollten sich lieber überlegen, was als nächstes zu tun ist, anstatt sich zu bekämpfen. Na schön, du hast gewonnen. Also, wie viel? Das ist keine Frage des Goldes, mein Junge. Es ist eine Frage der Ehre. Wir haben auch keins. Ja, der will jetzt eine Pistole wieder, ne? Der Admiral ist ein harter Hund, was? Er war der beste Piratenkapitän, den ich je kennengelernt habe. Er war? Heute nennt ihn jeder Admiral. Er ist nun der Chef dieser Stadt. Wer kann das schon von sich behaupten? Du wirst gut beraten, wenn du ihn mit Respekt behandelst, mein Junge. Wie gut kennst du ihn? Gut genug, um zu wissen, dass man sich besser nicht mit ihm anlegt. Er ist zwar in die Jahre gekommen, trotzdem würde ich ihn nicht unterschätzen. Aber lassen wir das Gerede. Ich werde mich wegen dir jedenfalls nicht mit dem Admiral anlegen. Wir werden schon einen Weg finden. Wie auch immer. Ich hab ihr zu tun. Schlafen, oder was? Geschwinde endlich und lass mich meine Arbeit machen. Wage es nicht, dich noch einmal einfach abzuwenden. Was ist jetzt mit der Pistole von ihm? Mich wirst du so schnell nicht wieder los. Ich geh hier nicht eher weg, bis du mir deine Kanonen verkaufst. Es gibt nichts, was ich von dir haben können wollte. Also, wenn du mir nichts anzubieten hast, brauchst du gar nicht wiederzukommen. Jetzt. Okay. Ja. Was hältst du von Kapitän Slane? Er ist ein Ehrenmann. Immer freundlich, immer zuverlässig. Und er hat stets seine Ware bezahlt. Ah ja, verstehe. Deine Pistole liegt beim Büchsenmacher? Verdammt, was weißt du davon? Nur so viel, dass sie scheinbar sehr viel wert ist. Und wenn schon? Warum interessiert dich das? Ja. Ja. Sieht so aus, als würdest du sie nie wiederkriegen. Willst du mich verhöhnen? Eines Tages wird Donovan sie mir zurückgeben. Auch wenn ich ihn dazu zwingen muss. Du hast Donovan wohl ziemlich verärgert. Der arrogante Arsch erpresst mich. Er behauptet, dass ich ihm Gold schulde. Und? Stimmt das etwa nicht? Das kann man sehen, wie man will. Er will erst das Gold, bevor er mir meine Pistole, die ich ihm zur Reparatur gab, zurückgibt. Warum bezahlst du ihn nicht einfach? Er gefriert die Hölle, als dass ich ihm mein Gold in den Rachen werfe. Ich würde gerne mal wissen, wie viel das ist, weil das kostet ja einen Toei, ne? Ich bring dir deine Pistole zurück. Ha! Meinst du? Ich glaube nicht, dass Donovan sie dir freiwillig herausgibt. Schon gar nicht, wenn er hört, dass du sie mir bringen willst. Das lass mal meine Sorge sein. Oh Mann, mach keinen Mist, klar. Amüsierst du dich eigentlich auch mal? Wie meinst du das? In deinem Leben muss es doch irgendeinen Zeitvertreib oder ein Vergnügen geben. Für Vergnügen habe ich keine Zeit. Naja, es sei denn, sie würde mich endlich einmal erhören. Aha, es gibt da also ein Mädchen, ja? Wer ist sie? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Oh, schade. Der reine Look. Okay, wir haben gerade geisteskrank viele Quests auch bekommen. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Ja, ich bin doch schon fertig. Aber warte mal, er ist jetzt aufgestanden. Dementsprechend. Bup. So viel zum Klauen und woanders hingehen. Hier schmeckt's schon. Ne? Die waren bestimmt auch schon drin. Na, ich bin mal kurz. Ja, 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 ja. Okay, das ist das Wirtshaus. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier zu dem großen Haus. Ich bin froh, wenn Captain Slayne den Hafen wieder verlässt. Da haben wir gestanden. Ah, die sitzt, glaube ich, so oben. Das ist so gesehen das letzte Haus hier, ne? Wir haben letztes Mal schon echt einiges besprochen. Besprochen. Okay, wir waren halt bei Nacht hier. Sah ein bisschen anders aus. Willkommen in Antigua, Kapitän. Ich hoffe, die Reise hierher war ohne größere Unbequemlichkeiten. Hätte ruhiger sein können. Tut mir leid, so etwas zu hören. Ja, die Zeiten werden leider immer schlimmer. Ich bin Grace, Tochter von Bongard, dem berühmten Fernhändler der Dornenküste. Es ist lange her, dass sich ein Piratenkapitän hierher verirrt hat. Und nun haben wir die Ehre, sogar zwei von ihnen in unserer Stadt beherbergen zu dürfen. Boah, ist das ein neues Ziel? Bongard? Dornenküste? Nie gehört? Wo soll das sein? Frechheit! Es ist beschämend, das Wort einer werten Dame anzuzweifeln. Hab ich dich verärgert? Das war gar nicht meine Absicht. Oh, ähm, nun, dann ist es wohl an mir, mich zu entschuldigen. Boah, 80 schon wieder. Also, wir brauchen irgendwie noch mehr Diebeskunst. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, ich dacht's mir. Du, hör mal, also, dieser Schmied Wilson. Moment mal, was soll das werden? Natürlich, ich hab's geahnt. Der Kerl hat dich zu mir geschickt. Und du, Arsch, machst für diese arme Wurst jetzt bei mir hier Männchen. Bist du jetzt etwa sein Laufbursche, oder was? Äh. Hä? Fragen wird doch wohl noch erlaubt sein. Ich kann dir wohl ein paar hinter die Lasse geben, Freundchen. Wie kommst du eigentlich auf so eine Unverschämtheit? Hast du das Gewerbe gewechselt? Musst du deine Kasse aufbessern, oder wie? Ach so. Ach so. Da steckt jetzt dann doch nichts mit Gefühlen hinter, oder wie, oder was? Hä? Ach, der Kerl tut mir leid. Ach du liebe Güte, mir kommen die Tränen. Du sollst dich doch nur ein bisschen mit Wilson unterhalten. So? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Natürlich. Du zahlst mir 1000 Gold, oder du kannst es gleich wieder vergessen. Wow, das ist aber... Willst du etwa noch irgendwas Schlaues dazu sagen? Nein, nein, schon gut. Silberzunge? Ja! Eine feine Dame wie du sollte sich nicht so aufregen. Das ist nicht gut für deine Schönheit. Hm. Du willst mich doch bloß um deinen Finger wickeln, du Schuft. Stimmt. Okay. Du hast es geschafft. 500 Gold und wir kommen ins Geschäft. Einmal Silberzunge lernen. Silberzunge lernen. Silberzunge lernen. Hat schon 500 und danach 1000 kostet. Mit dem haben wir uns jetzt schon 500 Gold gespart. Wartet mal. Das heißt ja, wir bezahlen sie. Sie geht zu Wilson. Und Wilson bezahlt uns. Und wir gehen zu Dunnevin. Macht das hin? Funktioniert das so? Okay. Lasst es uns mal probieren. Wir verkaufen noch ein bisschen was. Ich hoffe, wir kommen auf 500 Gold. Weil die sollten ja eigentlich dann... Hier ist kommen keine Waren mehr. Sind sie dann gleich wieder drin? Und jetzt kann man nicht mal mehr zu den eigenen... Sehr... Sehr gerne. Okay. Wir hatten ja gerade noch das Fechtschwert. Das alte Schwert kann weg. Ja, die Nüsse, die bringen halt nichts. Also da kommen wir glaube ich schon hin. Da kommen wir glaube ich echt hin. Schwertrolle können wir wahrscheinlich auch nicht viel mit anfangen. Wir verkaufen mal drei Stück. Einen behält man immer so als Reserve. Dann, ja genau. Das hier, das hier, das hier. 500 Gold haben wir zusammen. Wir haben immer noch ein bisschen Stuff. Aber es wird weiterhin dünn. Ich glaube das Gold ist echt schnell wieder drin. Ich hoffe halt, Wilson gibt uns das Geld, was er... Oder wobei... Connected ist? Ich weiß es gerade nicht. Aber irgendwas müssen wir davon ja bekommen. Oder werden wir hier schon wieder abgezogen. Wo ist dieser andere Kapitän? Der ist beim Admiral. Die beiden haben wohl eine kleine Auseinandersetzung. Ich würde da jetzt besser nicht stören. Doch, doch. Wie ist das Leben hier in Antigua? Ich bin schon an vielen Orten der Welt gewesen. Aber keiner war so schmutzig wie Antigua. Ein angemessenes Leben ist für jemanden wie mich kaum möglich. Nie darüber nachgedacht, diese Insel zu verlassen? Für eine Dame meines hohen Standes ist es äußerst schwierig, unbehelligt zu reisen. Jeder Halsabschneider hier versucht mir an die Wäsche zu gehen. Der Admiral jedoch sorgt für meine Sicherheit. In seinem Schlafzimmer? Wie war das? Ich muss doch sehr bitten. Ja, ja. Gib dir keine Mühe. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich warne dich, du Schuft. Treib es nicht zu weit. Warte mal. Bevor wir jetzt hier irgendwie was machen, ich glaube, wir machen jetzt erstmal kurz die Quest. In Ordnung. Hier ist dein Gold. Hm, gut. Geh zu Wilson und sag ihm, dass ich ihn in Kürze aufsuchen werde. Aber ich warne dich. Zu keinem anderen ein Wort. Ist das klar? Klar. So, und jetzt geh. Schönen Tag noch. Moment. Was willst du hier? Ist der Eintritt hier verboten? Ich habe Anweisungen, niemand hier reinzulassen. Ich bin Kapitän des großen Chefes im Hafen. Admiral Alvarez und Captain Slane sind gerade beschäftigt. Na, dann gehe ich mal rein und schaue, ob ich ihnen weiterhelfen kann, was? Na gut. Okay, krass. Ich dachte, jetzt lässt er uns wirklich nicht rein. Und irgendwie erstmal dick Quest. Dann machen wir erst das mit Wilson, bevor wir hier bei Grace weiter sprechen. Das wollte ich bei Wilson Kanonenfutter holen. Aber der Sack hält sich strikt an das Embargo. Mhm, mhm. Wahrscheinlich haben wir jetzt nur einen Händler freigeschalten, ne? Ich hörte, du stehst auf Grace. Was? Wieso? Wer hat das gesagt? Ist doch unwichtig. Stimmt das oder stimmt das nicht? Naja, wenn du mich so fragst. Ich bin dieser feinen Dame nicht ganz abgeneigt. Verstehe. Also ist das jetzt eigentlich eine, ähm, die einen Silberzunge beibringt? So eine. Oder nicht? Ich, ähm, hab mit Grace über dich gesprochen. Im Ernst? Ähm, was hat sie gesagt? Sie will sich mit dir treffen. Was? Wirklich? Oh Gott. Oh, das ist ja... Wie hast du das geschafft? Ach, warte. Ich will es gar nicht wissen. Äh, ich, äh... Ich werde meinen besten Anzug tragen. Wenn ich bloß wüsste, wo ich ihn nochmal hingelegt habe. Junge... Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich hab zu tun. Das könnte dir so passen, Freundchen. Erst lässt du mich den Laufburschen spielen und dann serierst du mich ab? Wir haben einen Deal. Ja, ja, schon gut. Was willst du? Ja, okay. Ich brauche Kanonen. Gut, ich werde dir eine Auswahl zum Hafen-Kai liefern. Da kannst du sie dir aussuchen. Und wehe, du mildest es dem Admiral. Er wird mich hüten. Äh, okay. Und jetzt? Ja, ja, mach du deinen Kram. Ich bin schon weg. Gut. Warte. Solche Kanonen? Also fürs Schiff. Die großen Dinger. Dann können wir ja wahrscheinlich mit Rick sprechen, ne? Nicht so. Hast du schon gehört, dass er seine Pistole verspielt hat? Tatsächlich? Ja. Okay. Dann gehen wir nochmal kurz zu Grace, weil jetzt ist ja die Quest durch. Du bist weder von edler Herkunft noch eine feine Dame. Und den Fernhändler Bongard gibt es wahrscheinlich auch nicht. Na gut, du Mistkerl. Lassen wir die Spielchen. Zugegeben, du bist ein netter Bursche. Aber wenn du mir Ärger machst, wirst du es bereuen. Okay. Wie gut kennst du Kapitän Slane? Er ist einer von der Sorte, der eine Frau um seinen Finger wickeln kann. Ich bin auch schon auf ihn hereingefallen. Und wenn ich ehrlich bin, würde er es wahrscheinlich wieder schaffen, mich einzufangen. Wie läuft dein Geschäft? Miserabel. Schau dich doch hier mal um. Du bist der erste vernünftige Kerl, der hier seit langer Zeit vorbeigekommen ist. Na gut, mal von Slane abgesehen. Also, wenn du eine kleine Abwechslung brauchst? Ja. Ich fürchte, du bist mir zu teuer. Schade. Tja, da kann man nichts machen. Tut mir leid. Naja, du bist ja wenigstens süß. Nicht so wie die anderen hier. Dann hätten wir das geklärt. Erzähl mir mal was über den Admiral. Früher war er ein gefürchteter Piratenkapitän. Ein Schlitzohr mit Prinzipien. Er sagt immer, dass sein Piratenkodex, nachdem er lebt, ihn hierher geführt hat. Er ist sehr stolz auf seinen Ruf und seine Stadt. Okay, wir gehen rein. Also, nicht in Grace, sondern hier. Schluss damit! Es reicht, Slane. Wir hatten einen Deal. Ich habe mich an meinen Teil der Abmachung gehalten. Jetzt bist du an der Reihe. Du sollst einen Tribut bekommen. Im Moment kann ich dir aber leider nicht mehr anbieten, als die Beute meiner letzten Kaperfahrt. Dein Gold ist nichts wert. Deal ist Deal. Da gibt es keine Grauzone. Wenn dir deine Ehre auch nur eine Goldmünze wert ist, dann begleiche endlich deine Schuld. Aus deinem Mund klingt Ehre wie eine Krankheit. Dieses Geschwür vergiftet deinen Verstand schon seit so vielen Jahren. Ich habe den Blutopferdolch nicht hier, auch wenn du noch so brüllst, Alvarez. Du lügst. Das sehe ich dir an. Vielleicht sollte ich dein Schiff mit meinen Männern auf den Kopf stellen. Dann werde ich das gute Stück sicher in einer deiner stinkenden Truhen finden. Sei vernünftig, alter Mann. Du willst keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Nun gut. Du lässt mir keine Wahl. Kehre auf dein Schiff zurück und zähle weiter die Tage deiner Unaufrichtigkeit. Wenn deine Planken erstmal Moos angesetzt haben und deine faulen Wasserfässer zum Himmel stinken, wirst du es dir ja vielleicht doch noch anders überlegen. Alter Narr. Uns rennt die Zeit davon. Erkennst du das denn nicht? Das Handelsverbot über meiner Stadt bleibt bestehen, bis der Blutopferdolch in meinen Händen ist. Das ist mein letztes Wort. Das Ding ist, das wird halt so nicht passieren, ne? Weil der kommt in unsere Hände. Slam. Du hast doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich die Schale hier nehm. Und wenn ich die Schale hier nehm. Ja, keine Ahnung, was. Warte mal, es gehört ihm ja nicht mal. Du bist unehrenhaft. Haben wir gehört. Ja, okay. Also, ich hab mir schon gedacht, dass es ihn nicht jucken wird. So, Proviant nehmen wir natürlich. Wasser nehmen wir. Wenn hier aber nochmal Rotwein wäre, ne? Wir hätten ja einen Abnehmer. Was ist das hier? Können wir nichts lesen. Schaut mal einer an, hä? Ein altes Tagebuch, auch noch am Start. Also, wir können hier wirklich einfach durchlaufen. Oh mein, bisschen Gold, nehmen wir natürlich mit. Die Miliz hatte mich durch den Strick zum Tode verurteilt. Ich stand bereits eine halbe Stunde am Galgen und zog langsam an meiner letzten Pfeife. Eine Minute später und das wäre aus gewesen. Dann kam mein alter Kumpel Greg und schoss durch das Seil. Den Strick bewahre ich heute noch als Andenken im Lagerhaus auf. Na, sieh mal einer an. Das ist ein längenehrer Gegenstand. Na, geschmarrig war das das mit den 90. Wir sind ja durchgegangen. Boah, da müssen wir... Ja, da müssen wir echt nochmal zurück, wenn wir dann bessere Diebs sind. Ich weiß aber auch nicht, wo ich es mir herleihen soll. Oh. Okay, am Strand von Antigua. Nicht schlecht, nehmen wir. Ja. Wartet, 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 wartet. Wir gucken gleich mal. Antigua. Ja, ja. Zack. Oh. Uff. Okay, jetzt haben wir das erste Mal eine Karte. Den Stand müssen wir auf jeden Fall auch noch abgehen, bevor wir hier ins Landesinnere gehen. Okay, ja doch, ist ein bisschen was, ne? Ist ein bisschen was. Mit Slain reden wir gleich, keine Sorge. Gibt's hier oben was zu holen? Wir müssen auch mit dem Admiral sprechen. Achso. Ich frag mich halt, wieso braucht man eine Karte von Antigua, wenn man eine Schatzkarte hat? Verschwindet die Schatzkarte wieder? Boah, ich weiß nicht, ob ich das hier nehmen sollte. Aber lesen darf man ja wohl. Die acht Regeln des Piratenkodex. Erstens, das Wort des Kapitäns auf seinem Schiff ist Gesetz. Zweitens, wer es findet, darf es behalten. Drittens, schlage niemals einen guten Kampf aus. Viertens, der Zweck heiligt die Mittel. Fünftens, Deal ist Deal. Sechstens, im eigenen Hafen wird kein Krieg geführt. Siebtens, bei einem Duell im eigenen Hafen müssen beide Gegner zustimmen. Achtens, wer gegen den Kodex verstößt, wird entehrt oder getötet. So, mit der Informationsgrundlage wahrscheinlich jetzt, ne? So, da kommt der nächste Esel in meine Stadt. Wie bitte? Willkommen. Ich nehme an, du hast dich schon eingelebt. Ähm. Sehr schön. Wenn ich mich wieder beruhigt habe, können wir gleich über deine Kapitäns-Taufe reden. Jetzt, nachdem Stahlbart uns verlassen hat, wird es recht leer hier im Haus der Kapitäne. Du weißt, dass Stahlbart tot ist? Ja, mein großer Verlust. Nun, leider nicht zu ändern. Du hast das Erbe von Stahlbart angetreten. Also wirst du auch seine Pflichten übernehmen. Deine Kapitäns-Taufe muss erst einmal gehörig gefeiert werden. Ja, okay. Der ist mehr eine Erde. Kodex und so. In der Tat. Das ist es. Du bist einer der letzten Piraten-Kapitäne der Südsee, mein Junge. Eine große Verantwortung liegt auf deinen Schultern. Also, vollziehe mit mir das Aufnahmeritual deiner geistigen Väter. Aus einst so glorreichen und besseren Tagen. Ja? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun muss. Ach, vergiss es einfach. Ich werde mich wohl an die Gepflogenheiten der neuen Generationen gewöhnen müssen. Dann eben nicht. Du kanntest Stahlbart gut? Das kann man wohl sagen. Damals, als ich selbst noch Kapitän war, kaperten er und ich oft gemeinsam die Schiffe des Königs. Und nach unseren Erfolgen ließen wir in den Tavernen der Südsee die Puppen tanzen. Aber Stahlbart war nicht zuletzt deshalb einer der berüchtigtsten Kapitäne, weil er kodextreu war. Schreib dir das ruhig hinter die Ohren, Junge. So, und Slain ja wohl nicht, was? Du bist traditionsbewusst. Nichts geht über den Kodex. Wer den Kodex nicht ehrt, der ist verloren. Ich glaube, wir stellen uns gut mit dem. Das wäre nicht gut. Haben wir gelesen? Ja, genau so ist das. Du hast doch nicht die geringste Ahnung, wovon ich rede. Es sind die elementaren Regeln, die uns zu dem machen, was wir sind, mein Junge. Sie bringen uns Ruhm und Ehre, halten die Gemeinschaft zusammen und bewahren uns vor unseren eigenen Dummheiten. Du solltest sie verinnerlichen, damit du nicht dieselben Fehler begehst wie Slain. Das schwarze Buch des Kodex liegt im Radzahl auf meinem Schreibtisch. Sieh es dir an und lerne. Also, hier gleich, ja? Mach ich. Gut, denn auch du wirst dich daran halten müssen, wenn du was erreichen willst. Ich hab deinen Streit mit Slain mitbekommen. Ja, Slain ist dein Hundesohn. Der wird's auch noch lernen und wenn er hier die nächsten Jahre versauert. Das sagen wir nicht, weil er will das Artefakt. Worum ging es genau? Manchmal ist eine ganze Armee nicht genug, um das Böse zu bekämpfen. Vor allem dann nicht, wenn man nicht weiß, wo sich das Böse verbirgt. Du redest vom Blutopferdolch. Slain ahnt nicht im Entferntesten, welche Macht er in seinen Händen hält. Der Blutopferdolch ist eine gefährliche Waffe, die in den falschen Händen Verheerendes anrichten kann. Es wird ein hartes Stück Arbeit werden, ihm die Augen zu öffnen, wenn es nicht schon zu spät ist. Okay, also ich glaub, er ist aware. Slain wird da nicht so Bock drauf haben. Deswegen wird er das hier wahrscheinlich feiern. Ich will Mara bekämpfen. Das ehrt dich. Viel interessanter ist allerdings, wie du gegen sie kämpfen willst. Jetzt würde ich mich öffnen. Mit dem Blutopferdolch. So? Und du glaubst, das ist schon alles? Wenn du nur mit dem Dolch Mara die Stirn bietest, wird sie ihn dir in den Rachen schieben. Was schlägst du vor? Wir müssen beenden, was wir angefangen haben. Jetzt ist es an dir, unsere Fehler zu korrigieren. Was habt ihr damals bloß verbrochen? Ich selbst war es. Der Stahlbart zum Wassertempel entsandte, um seine verborgenen Schätze zu heben. Und so fuhren die drei anderen Kapitäne unter Stahlbarts Führung in ihr Unheil. Sie entrissen dem Tempel die vier Titanen-Artefakte und weckten damit ein Ungetüm, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Was, Herr Tempel? Eine einsame Festung in der See. Alt. Sehr alt. Und voller Gefahren, wie wir feststellen mussten. Und seitdem lastet auf Stahlbart dieser lästige Fluch, der jetzt an mir hängt. Ja. Und er wird dich verfolgen, solange Mara existiert. Und das ist noch nicht alles. Sie sind alle verflucht. Alle vier. Jeder auf seine ganz eigene Weise, mein Junge. Hüte dich davor, Mara in die Falle zu tappen. Sonst teilst du vielleicht eines Tages das Schicksal Stahlbarts. Gut, wir sind eh schon mittendrin. Ich meine, wir haben ja ein Titanen-Artefakt. Wo ist dieser Wassertempel? Das kann ich dir leider nicht sagen. Nur Stahlbart wusste, wie man ihn findet. Nicht zuletzt darum machte ich ihn damals zum Anführer der Kapitäne. Verstehe. Tatsächlich. Wir müssen halt auch noch dieses Geheimnis von Stahlbart lüften. Aber vielleicht geht das auch so zusammen dann. Also vielleicht führt die Questline so in eins. Wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, diesen Wassertempel zu plündern? Stahlbart hatte davon auf einer seiner Kaperfahrten erfahren. Ich glaube, es waren irgendwelche Eingeborenen, die ihm davon erzählt haben. Glaubst du, er hätte wissen müssen, was passieren kann? Ich weiß es nicht. Aber es ist passiert und alles andere spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Was weißt du noch über den Fluch der Kapitäne? Mara verfolgte sie, manipulierte sie und schickte ihnen ihre Höllenbrut auf den Hals. Überall kamen plötzlich diese Versunkenen aus dem Meer und vernichteten alles, was ihnen in den Weg kam. Am Ende konnte Mara sogar Kroos und Garcias Willen brechen und für sich in die Schlacht schicken. Ich werde ihr nicht in die Falle gehen. Das hoffe ich, mein Junge. Zwei der Kapitäne hat Mara auf diese Weise jedenfalls auf ihre Seite gebracht. Jetzt bist du hier und beanspruchst das Erbe Stahlbarts. Also sei auf der Hut, damit sie dich nicht auch erwischt. So, haben wir jetzt langsam hier mal durch. Also es ist, ich meine ja, Hauptstorytelling und so, aber Digi langsam reicht es halt irgendwie auch. Ich sage euch ehrlich. Komm jetzt, mach hin. Mach hin. Mach hin. Dem Amulett der Erde? Sicher. Weißt du, wo ich es finden kann? Es ist dir wirklich ernst, nicht wahr? Jetzt, wo du fragst? Vielleicht suche ich mir doch besser eine andere Freizeitbeschäftigung. Jetzt wird mal nicht gleich frech. Ich kann dir nur einen Hinweis geben. Genau weiß ich es nicht. Stahlbart, das alte Schlitzohr, hat das Amulett in Garcias Schatz versteckt. Ich habe keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Geschweige denn, wo Garcia seinen Schatz vergraben hat. Das war eine dicke Quest, die gerade abgeschlossen ist. Crow ist erledigt. Aber wo ist Garcia? Garcia ist immer dort, wo es was zu holen gibt. Wenn ich es mir so recht überlege, ist es nicht verwunderlich, dass Mara ihn beeinflussen konnte. Der Mistkerl schlägt sich immer auf die scheinbar mächtigere Seite. Garcia hatte schon früher Kontakte mit Händlern aus Caldera, weil er sich einen Vorteil davon versprach. Wenn du ihn finden willst, solltest du dort mit deiner Suche beginnen. Okay, ist schon ein Big Haken hinter. Lass mich mit Slane auf die Jagd gehen. Ha! Ihr beiden seid Kindsköpfe. Zwei Kamele in der Wüste der Selbstüberschätzung. Auf der Suche nach Erkenntnis. Ja, Bruder, komm jetzt. Solange Slane seinen Teil des Deals nicht erfüllt, wird er keine Ausrüstung erhalten und in meinem Hafen bleiben. Wie soll ich meinen Pflichten nachgehen, wenn du mich nicht lässt? Du bist wirklich schwer von Begriff, Junge. Wenn wir jetzt auch noch auf dem Kodex pfeifen, sind wir ohnehin alle dem Untergang geweiht. Slane hat den Dolch und er wird ihn mir bringen. Und was soll ich deiner Meinung nach bis dahin machen? Du hast sicher noch andere Aufgaben, um die du dich kümmern musst. Oder glaubst du wirklich, dass du schon bereit bist, Mara anzugreifen? Naja, mach was du willst. Slane soll sich an den Deal halten. Und das ist mein letztes Wort. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Ja. Okay. Also, ich glaube, wir hätten mit ihm zuerst sprechen sollen. Aber juckt nicht. Sieh mal einer an, wer da zur Tür hereinstiefelt. Du bist also der Neue, ja? Hm. Siehst ein bisschen blass um die Nase aus. Sag der Richtige. Du hast mich erwartet? Ich habe deinen Kahn gesehen. Ein prächtiges Schiff, das muss ich zugeben. Man sagt, Stahlbart hätte dich in seine Mannschaft aufgenommen. Ja, aber das ist schon einige Tage her. Dieses Weibsbild von einem Seeungeheuer hat ihn getötet. Stahlbart hat mir sein Kommando überlassen, kurz bevor er starb. Was sagst du da? Stahlbart ist tot? Das ist unmöglich. Du kannst es mir ruhig glauben. Es ist wahr. Das sind schlechte Neuigkeiten. Wenn Mara sogar Stahlbart bezwingen konnte, dann haben wir ein größeres Problem, als ich bisher angenommen hatte. Niemand ist unbesiegbar. Mara ist geduldig. Sie wartet bei jedem von uns nur auf einen Moment der Schwäche. Bei Stahlbart hat sie wohl im richtigen Augenblick zugeschlagen. Du bist schwer zu finden. Oh, du hast mich gesucht? Eigentlich, also, keine Ahnung, ob ich jetzt sagen würde, dass er schwer zu finden ist. Stahlbart schickte mich zu dir. Es waren seine letzten Worte. Hm. Wirklich? Ich fühle mich geehrt. Immerhin warst du so schlau, hier in Antigua vorbeizuschauen. Obwohl ich sagen muss, dass du Glück gehabt hast. Ein paar Tage später und ich wäre schon wieder auf hoher See. Das glaube ich mal nicht. Unsinn. Der Admiral lässt dich doch gar nicht weg. Du hast unser Gespräch belauscht. War nicht zu überhören. Lass uns über dein Artefakt, den Blutopfer-Dolch reden. Jetzt fängst du auch noch damit an. Na gut. Lass uns über den Dolch reden. Aber nicht hier. Wir gehen zu meinem Schiff. Da können wir ungestört reden. Folge mir. Alright, ja komm, mach hinne. Warte. Okay, ich wollte kurz lange Füge machen. Die Wände haben Ohren, wenn du verstehst, was ich meine. Du meinst Alvarez. Psst. Nicht so laut. Komm weiter. Ja komm. Komm. Ui. Ui. Junge, lauf einfach zu deinem Scheißhüft und lass mich in Ruhe. Warum will er den Dolch? Wer will ihn nicht? Der Dolch ist eine sehr mächtige Waffe. Die sich in deinem Besitz befindet. Ja, aber ich hab ihn nicht bei mir. Wo ist er? An einem sicheren Ort. Komm mit. Am Hafen Kai werde ich dir mehr darüber erzählen. Bruder. Ich will was machen. Jetzt stehen wir hier nochmal. Alter, wo ist der Blutopfer Dolch? Ich hab ihn versteckt. Er ist auf einer kleinen Insel, nicht weit von hier. Darum kann ich ihn auch Alvarez nicht geben, auch wenn er noch so brüllt. Wir müssen die See von Mara befreien. Ja, wir müssen ihr die Stirn bieten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ohne den Dolch kann ich mich auch gleich in der See ertränken. Ihre Macht ist sehr groß. Selbst Stahlbart war ihr nicht gewachsen. Ich hab nicht vor aufzugeben. Ja, und Mara fürchtet die Artefakte. Mit ihnen haben wir vielleicht eine Chance. Hm. Ich muss zugeben, das hat einen gewissen Reiz. Zwei junge Kapitäne stellen sich dem unbarmherzigsten Feind, den die See in diesem Teil der Welt je gesehen hat. Hört sich ziemlich aussichtslos an. Ich bin dabei. Da gibt es nur leider noch ein kleines Problem. Alvarez. Yep. Ohne Schiffsausrüstung hängen wir hier im Hafen fest. Erzähl mir von deinem Deal mit Alvarez. Es ist schon einige Zeit her. Da lag ich hier vor Anker. Alvarez hat mein Schiff ausgerüstet und ich sollte ihm dafür den Blutopferdolch bringen. Er weiß, dass ich ihn erbeutet habe. Und jetzt lässt er mich nicht mehr ablegen, bevor ich ihm den Dolch ausliefere. Wie können wir Alvarez überzeugen? Vergiss es. Der störrische Esel wird uns nicht helfen. Er will den Dolch, auch wenn ich ihm schon hundertmal gesagt habe, dass ich ihn nicht bei mir habe. Wir müssten die Handwerker in der Stadt dazu bringen, um den Willen ihres Admirals zu handeln. Sie müssten uns die Ausrüstung trotz Alvarez Handelsverbot verkaufen. Traust du dir das zu? Ja, 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 ja. Was ist mit dir? Hier weiß doch jeder von meinem Deal mit dem Admiral. Mir verkauft hier keiner was. Aber du hättest vielleicht noch eine Chance. Du besorgst den Kram und ich führe uns anschließend zu der Insel, wo ich den Dolch vergraben habe. Also, haben wir einen Deal? Ja, ja, komm. Das ist wichtig. Was genau brauchst du? Eine neue Kanone und ein paar Fässer frisches Pulver dazu. Bei meiner letzten Schlacht ist mir eine Backbordkanone um die Ohren geflogen. Wieso gehen wir nicht mit uns im Schiff? Was noch? Ohne Trinkwasser und ein paar frische Fischfässer werden wir auf See nicht weit kommen. Ach ja. Und einen neuen Steuermann. Was ist mit deinem Letzten passiert? Naja, wie soll ich sagen. Jones hatte einen kleinen Anfall von Tod. Ich musste ihn leider über Bord werfen lassen. Und ohne Steuermann kommen wir höchstens bis zum nächsten Mal. Wie random das gerade kam. Also, for real. Auch wenn ich gerade schon lowkey genervt bin von den Dialogen. Der war gut. Der war echt gut. Und, äh, so, ist das alles? Ist das alles? Jedenfalls genug, dass ich es nicht wagen kann, einfach in See zu stechen. Gut. Ich denke, ich hab jetzt dein Bild. Ja. Ich besorg uns die Schiffsausrüstung. Das ist ein Wort. Abgemacht. Ich warte so lange auf meinem Schiff. Komm zu mir, wenn du alles erledigt hast. Ich will keine Sache. Ja? Was gibt's? Sollen die Sachen direkt auf dein Schiff geliefert werden? Nein. Wenn sie zum Hafenkei gebracht werden, reicht mir das. Meine Leute werden den Rest erledigen. Gut. Brauchst du eine spezielle Kanone? Wieso? Hab ich denn eine Wahl? Wilson der Schmied versteht was von seinem Handwerk. Ich denke, ich könnte was Besonderes für dich in Auftrag geben. Eine ganz gewöhnliche, die rumst, qualmt und stinkt, reicht völlig aus. Na gut. Die wird er uns liefern. Gute Arbeit. Du verstehst dein Handwerk ebenso, wie ich sehe. So. Wo ist Rick? Wo ist Rick? Wir haben ja dafür schon was gemacht. Ich hab da vielleicht was für dich. Ah. Weiß ich nicht. Das machen wir noch nicht. Ich war ewig nicht mehr auf einer richtigen Kaperfahrt. Naja. Ich bin doch froh, dass du auf Antigua bist. Es gibt kaum ein... Also das mit dem... Mit der Kanone haben wir ja eh schon geregelt. So. Jetzt hätten wir ja auch noch die Geschichte mit dem Steuermann. Im Becher ersaufen mehr Leute als im Meer. Ich denke, ich hab einen Job für dich. Was jetzt? Schmeißt du deinen Steuermann raus? Nein, das nicht. Moment mal. Ich soll doch wohl nicht etwa bei Slane anheuern, oder? Geh. Wo ist das Problem? Auf dem Kahn von Slane sterben sie wie die Fliegen, sagt man sich. Er würde kein Schwein freiwillig anheuern. Wie kann ich dich zu einer Heuer auf Slanes Chef überreden? Ich werde keinen Fuß auf seinen Kahn setzen, Käpt'n. Hast du etwa Angst, auf einem richtigen Chef anzuheuern? Ich bin schon auf den gefährlichsten Kaperfahrten selbst am Steuerrad gestanden. Wie lange hast du schon das Kommando auf deinem Schiff, ha? Naja. Du zeigst mir jetzt erstmal, was du auf dem Kasten hast. Wir beide werden jetzt einen kleinen Wettkampf ausfechten. Was? Ja. Wenn du gewinnst, heuer ich bei Slane an. Und was ist, wenn du gewinnst? Dann wirst du dir freiwillig die Fresse polieren lassen, für die Frechheit, mir Slane andrehen zu wollen. Wollen wir wetten? Haha, das sieht dir ähnlich. Du willst dich wohl aus dem Staub machen, was? Hä? Nix da, hier wird nicht gekniffen. Bin ich... Ich wollte auf Ende klicken. Hat der auf Ende gerade reagiert? Also halt auf... Okay, ich glaub, der trinkt mit uns. Wie du willst. Ich bin dabei. Das schwör ich gerne. Also, soll ich dir die Regeln erklären? Nee, ich hab... Darauf hab ich reingeschissen gerade. Erklär mir die Regeln von deinem Wettkampf. Zuerst klopfen wir uns ein bisschen gegenseitig auf die Leber, bis einer gewinnt. Als nächstes musst du meinen Rekord im Rumkrüge Leersaufen schlagen. Zu guter Letzt darfst du beim Flaschenschießen nicht weniger Treffer landen als ich. Verstanden. Okay, lass uns anfangen. Alles klar. Auf geht's. Zuerst das Duell. Eine Sache noch dazu. Wenn du abhaust, zählt das als Niederlage. Also dann, verteidige dich. Okay, also es ist einfach Dreikampf gerade. Was ist abhauen bei ihm? Schlecht. Oh. Macht er gut, macht er gut, macht er gut. Sehr schön. Boah, haut er nochmal einen raus. Wir sind ja nicht mal Nahkämpfer. So, haben wir. 105 Rum. Jetzt als nächstes geht's weiter mit Saufen. Ne? Ich speicher. Rein. Okay, der geht schon, der geht schon, der geht schon. Los geht's. Ah, verdammt. Gut gemacht. Boom. So. Und jetzt noch schießen, wa? Nein, 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 nein. Jetzt wird geschossen. Ja. Du musst mehr Treffer als ich. Er ist weg. Also triff sie mal. Was? Gibt's hier auch Kanonen jetzt? Bitte keine Bombe, bitte keine Bombe. Fuck. Oh mein Gott. Was? Nein, 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 nein. Ich hab verkackt. Ich hab einfach verkackt. Der war so drin eigentlich. Willst du's nochmal versuchen? Aber bitte nicht alles. Bitte nicht alles. So, unser Wettkampf ist vorüber. Dann wollen wir nochmal sehen. Das Duell hast du gewonnen. Beim Saufen hast du mich unter den Tisch gesoffen. Punkt für dich. Das Schießen lief nicht so gut bei dir. Ich halte weiterhin den Rekord. So. Du gewinnst den Wettkampf. Ach so, okay, gut. Ich hab dich geschlagen. Oh, mein Schädel. Sieht ganz so aus, als hätte ich verloren, was? Yep. Oh Mann, na gut. Ich werde bei Slane anheuern. Ich hoffe nur, dass er mich nicht gleich nach dem ersten Mond an die Haie verfüttert. Ich muss mich jetzt verabschieden. Gute Reise, Steuermann. Ja, wünsche ich dir auch, Käpt'n. Ich melde mich bei Slane, sobald ich meine sieben Sachen zusammen habe. Sehr gut. Wir sehen uns auf See. Okay, dann hätten wir das auch. Das liegt halt daran, dass wir einfach davor schon ziemlich viel gemacht haben. Der Pfand Wilsons Pistole. Okay, das können wir erstmal weglassen. Okay, das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen, weil das hat 1000 Gold gegeben. Schiffsausrüstung. Da sind wir ja gerade bei. Alter, wie viele Unterreiter. Rick hat keinen Bock mehr zu arbeiten und will abbauen. Dazu will er wissen, wo auf Antigua eine Schatzkarte, wo ein Schatz vergraben ist. Das ist dann für die Pulverfässer. Dann sind wir hier schon durch. Dann sind wir einfach durch mit den Erledigungen für Slane. Direkt. Weil wir davor auf Big Brain schon alles gemacht haben. Ohne es zu wissen. Ja, das heißt, ich muss ihm den Schatz geben. Ich, äh, hab da vielleicht was für dich. Am Ende des Strandes im Westen soll ein Schatz vergraben sein. Was? Wirklich? Das ist genau das, was ich wissen wollte. Ich danke dir. Da muss ich mich beeilen. Hoffentlich hat ihn noch niemand gehoben. Hätten wir ihn heben können. Hätten wir ihn davor heben können und dann fett verarschen. Was ist jetzt mit meinen Pulverfässern? Ich werde sie sofort an den Hafen Kai bringen lassen, Sir. Sehr gut. Wir hätten ihn, glaube ich, mies verarschen können. Ich glaube, wir hätten echt einfach hingehen können, rippen und ihm dann die Schatzkarte geben. Und er so, ja geil. Ja, ja, hier die Pulverfässer. Aber dann geht er da hin. Ist einfach schon leer. Verdammt. Okay, ja, das ist aber, das ist nicht so schlimm, wie das eine abgezogen werden von dem Voodoo-Boy. Okay. Ja, wir können den See stechen, aber das würde ich mal nicht machen. Wenn wir jetzt schon hier sind, würde ich mich gerne noch ein bisschen auf Antigua umsehen. Sei doch froh, dass du auf Antigua bist. Es gibt kaum ein Schiff, was es in den Hafen schafft. Einer sagt es mal. Ich würde da noch hingehen, weil da brennt ein Feuer. Dann schauen wir vielleicht noch auf die andere Seite des Strandes rüber. Und nächste Folge würde ich eventuell, haben wir da noch nicht reingeschaut, warte mal. Eine kleine Reise über die Insel selbst machen. Also ein bisschen links, rechts gucken. Ja, größte Enttäuschung der Schuppen hier. Größte Enttäuschung dieser Schuppen hier. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Ich habe tatsächlich, also vor allem jetzt nach der Folge. Ah, ein Sandteufel. Ich werde ja gleich einfach weiter aufnehmen. Vor allem nach der Folge, wo Dialog of Doom stattgefunden hat, werde ich mich jetzt sehr freuen, wenn es gleich ab in die Wildnis geht und mal ein bisschen auch verkunden. Das stellt jetzt eine schöne Abwechslung dar. Du bist... Quinn. Du da. Komm mal her. Redest du mit mir? Nee. Ja, genau. Ich habe da ein besonderes Angebot für dich. Interesse? Was hast du mir anzubieten? Ich verkaufe besonders seltene Waren, an die sonst keiner rankommt. Für Kapitän habe ich manchmal einen besonderen Gegenstand da. Oder du siehst dir einfach mal meine anderen Sachen an. Wenn du zahlen kannst, kann ich dir auch ein paar Tricks verkaufen. Ich mache dir einen guten Preis. Ich kann das nicht mehr mit den legendären Gegenständen. Die sind zu teuer. Wieso versteckst du dich hier? Ich bin ein Reisender, der oft allein unterwegs ist, Junge. Und ich trage wertvolle Sachen bei mir. Da muss ich mir schon ganz genau aussuchen, mit wem ich Geschäfte mache. Verstehst du? Sehr zwielichtig. Aber du siehst wie jemand aus, der ein gutes Geschäft zu schätzen weiß. Ah ja, du bist ein Krämer. Wehe, du haust mich übers Ohr. Aber, 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 niemals. Wo hast du die ganzen Sachen eigentlich her? Na, hör mal, das ist mein Geschäft. Ich frage dich ja auch nicht, wo du den ganzen Krempel herst, den du mit dir rumschleppst, oder? Ha, auch wieder wahr. Zeig mir deine Wahl. Aber sicher doch. Lass dir Zeit. Feuer spucken. Also da haben wir auf jeden Fall besseren Schritt am Start. Aber er hat actually schon Waren. All right. All right, Leute. Warte, warte, warte. Stopp, stopp. Ein Diebes-Amulett. Mmh. Wir haben das bisher immer mit dem Ring gehabt. Sodass wir auf 70 gekommen sind. Mit dem kommen wir jetzt auf 80. Ah, der wär interesting. Der war's. Oh, der wär interesting. Wir können dann halt nur noch die 90er Sachen nicht öffnen, ne? Crypto, wenn wir das nehmen. Ist da ein Dolch obendrauf? Hier, was ist das? Können wir einfach nehmen, okay. Was ist das mit dem Seltenen? Ich will etwas Seltenes kaufen. Ich glaube, da habe ich etwas für dich. Wird dir gefallen. Aber ich werde dir nicht verraten, was es ist, bevor du es bezahlt hast. Arsch, klar. Ich soll dir Geld geben und weiß noch nicht einmal wofür? Du musst schon ein wenig Vertrauen haben, Junge. Wozu? Ich kenne dich doch gar nicht. Anders geht's nicht. Ich kann nicht riskieren, dass es sich rumspricht, was Quinn so Schönes dabei hat, wenn du verstehst. Du spinnst doch. Wer kauft denn die Katze im Sack, hm? Ja. Okay, okay. Warte, ich sag's dir. Also, ich habe hier den Tavernenschlüssel von Spencer, dem Wirt. Damit kommst du in den Raum, den er früher mal an Reisende vermietet hat. Hier habe ich noch eine schöne Schatzkarte. Garantiert kein Schwindel. Also, wie wär's? Das ist gut. Weil ich bin ehrlich, er hat schon einen komischen, ne? Er war komisch drauf. Und ich wusste nicht, ob wir ihm vertrauen können. So nach dem Motto, wir gehen mit 300 Gold und bekommen ein Kraut oder so. Der Tavernenschlüssel? 300 Gold? Da muss halt dann mehr als 300 Gold hinterstecken, ne? Eine Schatzkarte, wir wissen, dass in den Schatzkarten definitiv mehr, also in den Schätzen meine ich jetzt, dass da definitiv mehr drin ist. Die Frage ist, ist die Schatzkarte legit? Ich überleg's mir. Ich überleg's mir. Der Tavernenschlüssel, haben bestimmt noch was über. Das wird sich bestimmt auch lohnen. Und dann kaufen wir das Diebes-Amulett. Und dann sind wir auf 80 Diebes-Kunst. Hier, dann sind wir auf 80. Boah. Doch, das ist ein guter Plan. Und wir können den jetzt machen, weil wir letztes Mal Silberzunge gelernt haben. Silberzunge rentiert. Ich sag's euch, wie es ist. Wir sind gut dabei. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Macht's gut. Bis dahin, Freunde.